Willkommen zu Borderlands, im Pre-Sequel. Mit Flash. Mit Centus. Jetzt geht's schon ein bisschen besser. Mit mitten in die Fresse. Ich glaub, das lasse ich einfach davor alles. Halt das gar nicht hier so. Äh, müssen wir hier reisen? Ja, ne? Also nicht. Ja, scheinst du. Aber hast du die richtigen Quests angewählt? Ja, ich hab jetzt die Story-Quests angemacht. Wir wollten jetzt erst die Story-Quests durchmachen und werden wir doch ein bisschen nebenbei finden, kann man die immer noch machen. Ja, vielleicht können wir ein bisschen mehr Level werden müssen. Jo. Kann man ja nicht haben. Bei Borderlands ist doch... ...langziehend. Ja. Und da. Besonders der neue Teil hier wieder. Spawnen. Da lag ja nur sechsten. Der zweite Teil. Jo. Sechs Stunden Aufnahme. Na, einfach mal die Post gewascht. Und vorhin geschafft, ne? Ja, das sowieso, also... War schon... Der Riesen-Laser versucht, Mond in Scheibchen zu schneiden? Nur mal so als Gedanke. Ich folg dir einfach. Nein, was? Was denn? Bin ich ernsthaft abgesprungen? Ja, du oder so? Ja, du oder so? Hinter dir. Ja, wir haben wieder. Nimm ich mit, ich bin ein freundlicher Fahrer. Geht auch noch nicht. Glaub ich. Glaub ich nicht. Glaub ich nicht. Doch, man konnte, glaube ich... Doch, man konnte, glaube ich... Ich glaube, das ging. Warte doch. Ja. Guck. 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 Okay. Ach, hast du den gespawnt jetzt? Ja. Ich kittes wieder. Äh, hier lang? Nein, gefahren. Du, Flash, fack auf mich! Hast du noch genug Sauerstoff? Ja, ne? Ähm, ich bin auf der Seite der Front. Kein Dauerstoff? Ja. Das ist nicht geil. Da ist der Bahnhof. B-B-Bahnhof. B-B-Bahnhof. B-Bahnhof. Sie ist eigentlich so hoch gesprungen. Bei mir ist es L1. Dann kannst du auch sowas machen hier, siehste? Mit so nem Stunangriff. Hier, guck. Pass auf. Hm, warte mal. Guck mal ganz kurz. Müsste bei dir normaler Boost sein. Ja, jetzt bin ich hab' ich. Hm. Arschloch. Ja, wie speedest du denn? Mit STG oder mit Shift? Oder mit F? Mit F? Kann's auch sein. Ja. Ja. Das war weiter? Hä? Ich geh' schon. Ähm. Geh' mal da rein. Boah, das leckt schon wieder. Zehn für uns die Fabrik an und bringen den Laden wieder zum Lassen. Ähm. Wir brauchen den Haufen Roboter, wenn wir die Helios zurückerobern und alles retten wollen. Ich muss mal echt mal gucken, wir haben eine Sprachaktivität, ne? Aufsicht. Aufsicht. Ich hab' komplett alles runtergestellt. Die komplette Empfindlichkeit. Ja. Aua. Bauer, ne? Ja. Ach du, Aua. Tatsächlich. Musst du die Scheiße immer machen? Kann ja nix für. Musst du das gerne reaktivieren? Ja. 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 Was, wir kommen ja super, dass wir den Gegner wegklatschen. Ja, ich hab' jede Klasse bei mir drin, das. Alter. Hm. Hier ist vorn gar nicht schon viele. Dann frier einfach ein. Das sind die Sitzstädte wahrscheinlich. Boah, ich muss andere Waffe haben. Ja, guck mal, da ist er zu. So, wir können alles einsteigen. Ach, nur nach vorne, oder was? Vorne? Okay. Ich komme! Hier. Aua. Alter, jetzt häng ich hier fest, oder was? Wo einsteigen, ne? Hä? Wie kommt mal? Ach, man kommt bestimmt von der Seite hier. Schau an. Was denn? Ich heune, ne, ich heune echt eine. Warum? Wo schreibt er denn? Ja. Hier war... Okay. Hm. Hauen einfach. Hier erschaffen wir also die Superkohleroboterarmee. Ehrlich gesagt, ich bin... Dieser hässige Affe, ey. Sei doch nicht so negativ. Warte mal. Offenbar wurde der Laden hier zu einer Geisterstadt seit Gahl sich nach den großen Bersten aus dem Staub gemacht hat. Wir müssen zur Abteilung für Power Suits und alles wieder hochfahren. Wer hat das runtergestellt? Okay. Aber man hört auch wenn du klickst. Ja, das ist normal. Ja, aber das ist ein bisschen empfindlich eingestellt bei dir dann. Äh, oder muss ich... Plus 50? Geht das jetzt? Also nicht. Also jetzt aktiviert sich auch bei dir nichts. Ähm, okay. Du hast geklickt, dass man halt nichts gehört hat. Ich hab nicht geklickt. Hallo? Alter, WTF, der A. Das Arschloch. Ja, ich krieg das ja nicht mehr mit, wenn mich einer anschreibt. Wieso das? Ja, weil ich das ausgestellt hab. Okay. Ja, weil mich viele bei... Wenn ich immer online komm bei Steam, mich immer anschreiben. So. Dann hab ich das ausgestellt. Dann kann ich nicht sagen, ja, ich hab grad ein Spiel geupdatet oder sowas. Hm. Ähm. Hast du... ...eben geklickt gehabt nochmal? Nein. Und das vielleicht grad? Warum? Wattest du ja. Ob sich das dann aktiviert? Nein, ich... Ich hab das... Glaub, das ging andersrum. Weißt du, da stand minus 50. Glaub ich musste einfach plus 50 machen. Alter, was? Boah, ich muss aktivieren, ganz ehrlich. Es ist mir scheißegal, was rauskommt. Ammunition. Du noch einfach die Viecher. Alter. Du aktivierst gar nicht so oft deine Fähigkeit, oder? Nö. Oh, Mondstein. So ein Schild, so ein Schießen, das ist das nicht. Hab ich ernsthaft auch deinen Kopf gekackt? Nee. Mondstein. Alter, ernsthaft? Einfach... Ich geh einfach weiter. Oh, wir schmecken die Runden nochmal. Oh, wir schmecken die Runden nochmal. Oh, ouch. Du nebst du sogar, siehst du. Oh, da war... Mondstein. Manuell aktivieren. Hier. Wer ist der alte Scheiße? Nö. Oh. Was? Was? Deine Robo-Vibe, oder was? Alter, was ist mit den Viechern denn hier los? Ja, ne? Oh, oh. Oh, oh. Was kommt jetzt? Oh, oh. Das riecht nach allem. Ich geh mir auf den Sack, die Viecher. Kann man sich ducken nochmal? Kreis. Also bei mir ist es Kreis. Äh, shift oder stg. W, t, f. Ich aktivier das da vorher oben. Ups. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wie ich mich duck. Stg, stg oder shift? Nein, ist es bei mir. C. C. Boy. Mondstein. Bah. Bah, du fecket. An verriegelten Toren bringe ich uns vorbei. An etwaigen Dummköpfen bringst du uns vorbei. Alter, diese Mistwiecher, ne? Oh.